So, herzlich willkommen! Basti hier für Mr Pumpkin Core und Max Payne 3. Es ist das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Ich habe somit keine Ahnung und ihr werdet alles live und aus erster Hand erleben. Auf geht's! Ja, zuerst müsst ihr euch ein Profil bei dem Rockstar Games Social Club bestellen, damit ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Das war aber kein großer Aufwand und es ging ganz schnell ohne irgendwelche nachträglichen Beschädigungssachen ab. Gut. So, dann müssen wir glaube ich Escape drücken. Und auf geht's. Wir nehmen mal die Story. Ich habe noch kein Max Payne Spiel gespielt, aber schon andere Third-Person-Shooter wie Mafia 2 oder ähm... Wie heißt das? Ja. Also mal sehen. Ich sag's, ich reiß gleich noch nach. Ähm... Wie heißt das? Wie ist das? Wie ist das? Wie heißt das? Du musst dir ja wollen. Wie ist's oder? Wie hat es dich recht gut? Das Ganze... Wenn du nieнуюords Sieger lytst, musst du also auf. Wie ist das gesagt, ich genau so mit einem Jorn der Welt. Ich denke, ich binğl devilin. Sie sagen, was Sie wollen über die Amerikaner, aber wir verstehen, Kapitalismus. Sie kaufen sich ein Produkt, und Sie bekommen, was Sie bezahlen. Und diese Leute haben sich bezahlt für einen wunderschönen Gringo, ohne die sensibilität zu wissen, was von falsch zu wissen. Hier war ich, um zu exagieren, diesen pooren Bastard, wie ein Dime-Store Angel von Todes. Und ich dachte, sie waren korrekt. Ich würde nicht genau wissen, ob einer von ihnen die Pooren helfen würde, und der andere meine Sistin. Ich habe in Sao Paolo ein paar Wochen vorgebracht. Ich habe eine Schutzschmerzung für die Menschen, die in einer Stadt brauchen, in einer Stadt wie dieser Stadt. Und was eine Stadt war das? Und was eine Stadt war das? Eine, wo ich nicht die Lange gesprochen habe. und sie haben keine Zitzen gezwungen, also haben sie ihre Zitzen gezwungen. Also haben wir jetzt einfach gut gemacht. Und natürlich, das war es um zu ändern. Hey, Bruder! Hey! Wie ist die Cocktail? Die Scotch. Ich habe niemals meine Zitzen gezwungen. Ja, zumindest nicht auf der Zitzen. Something wie das. Man, die Favela ist großartig. Ja. 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 Das war's. 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 Er war ein Politiker. Der Mann war leichter als ein Oilslick auf einem Eisberg. Und über als Toxic war. Die resten der Leute, ich wusste nicht. Aber ich konnte den typen. Die Leute, die wenn sie genug trinken würden, werden sie nicht schuldig sein für ihre gute Fortschritte. Suddenly, die Dinge wurden wirklich wunderschön. Es fühlt sich als unsere Hang-Overs kam. Oh, das ist fantastisch. Was ist denn, was die Frau? Was ist denn, was die Frau da war? Was ist das denn, was das war? Was ist denn, was das war? Was ist das? Ist das, was das war? Das war's. Was war's? Was war's? Ich hab's dabei. Heute, das war's. Es geht ab, das war's. Oh ja. Jetzt waren zwei Idioten auf der Relle. Ich weiß es. Ich glaube, jetzt lernen wir, wie man das Spiel spielt. Ich glaube, es muss ich umschaltrücken für die Bullet Time. Das ist eine Abzeitlupe. Okay, das ist, glaube ich, dieses Zeitlupe-Springen. Oh, da ist der Code. Ich glaube, den habe ich mehr geschossen. Okay, muss mir aufstehen. Okay, C ist schon mal ein Dokken. Habe ich mehrere Waffen? Nein. Ich F drücke bis dann. Habe ich jetzt mehrere Waffen? Oh ja. Oh, das gefällt mir. Ja, gut, es gibt mit Rechtsklick auch wieder die Schulterblick-Position. Klasse. Bei Third-Person-Shooter finde ich es immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Steuer. Das war der Boss-Later. Allerdings habe ich alles in der Sendung. Ich bin fertig. Okay, ich bin der Waffe. 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 Wir stehen mit dem Waffen. Das Spiel wirft dann einfach rein und es gibt auch nicht irgendwie eine Anzeige, wo man lang gehen muss. Habt ihr was übersehen? Ne. Interessant. Sie war auf einer der Balkonien und ich hoffte, dass sie es nicht ausgerufen wird.